hey freunde wir kommen heute zu einem test der blackbox büller xl von blackbox habe ich glaube schon gesagt am anfang ist ja auch scheißegal was mich hier jetzt so extrem stört muss ich mal ganz ehrlich sagen vielleicht guckt ja jemand mal vom blackbox zu ich hätte gerne mal eine frage und zwar was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht ein büller oder ein premium büller wie ihr sagt rauszubringen vorne mit ton erde ok das ist halt üblicher standard sage ich jetzt mal ich würde mal sagen die bandung ist ein bisschen dicker als normale billigbüller würde jetzt behaupten aber was habt ihr euch einfallen lassen wegen diesen plastik plaste ding also das ist einfach nur eine kappe ja die ist hinten drauf gesteckt dass man das nicht sieht was bringt hat ich meine ein bisschen wird es verdämmen aber da ist so viel druck drin und wenn es unten raus platz fliegt der plastilum beweg also ja sorry für mich jetzt schon mal keine kaufempfehlung egal wie gut der baller sein wird lasst die plastik tropfen weg macht papier rin was weiß ich dann würde ich mal sagen gehen wir gleich mal raus zur zündung ich mache vorher die plastik tropfen habe also wundert euch nicht dass die dann gleich bei der zündung fehlen also bis gleich draußen zur zündung ach so preislich preislich sind wir hier glaube bei vier bis fünf euro das habe ich jetzt gerade momentan bezahlt ich weiß nicht was ihr bezahlt ich glaube ich habe sie sogar bestellt bei pyroland also von bis gleich draußen zur zündung so haben wir jetzt hier mal noch die black box hier diese angeblichen premium büller ihr wisst ja was ich davon halte ich dachte gerade ist alles ja ja also verzögerung ist auch ein bisschen komisch aber naja was soll man sagen also für mich also der knall war okay da kann man nichts gegen sagen aber für mich jetzt keine kaufempfehlung aufgrund von dem plastik tropfen ja